Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite EVE 2. Und genau, wir waren aber beim letzten Mal hier und haben einiges rausgefunden über uns, dass wir quasi die, ja, wie soll ich das sagen, die Multiplikatorin sind für die ganzen Viecher, die herumlaufen. Und genau, wir haben beim letzten Mal Verstärkung von so einem guten alten Pierce bekommen. Der ist hier in diesem Raum drin, wo es ganz schön abgehen wird jetzt. Und wo dieses Mädchen drin war aus dem Traum. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir da einfach mal rein. Oh, spannend, Leute. Spannend. Oh mein Gott, ihr erinnert euch, hier ist dieses riesige Ding drin. Ah, schaut euch das an, ey. Das ist dieses Wesen aus dem Traum. Mein Gott, wie riesig. Ich höre seinen Herzschlag. Die Hülle ist zwar dick, aber ich fühle ihn. Ach, du Heilige. Oh Mann, ich zittere. Drinnen sind viele Freunde. Was? Wer spricht da? Oh Mann. Mir wird schlecht, wenn ich hier stehe. Ja gut, ich freie dich da. Heilige Scheiße, ja, dieses riesen Ding also. Das sieht schon interessant aus. Gut, Leute. Wir sind hier in so einer Kontrollzentrale oder was, ne? Genau. Und wir müssen hier geradeaus hoch, würde ich sagen. Machen wir das mal. Hallo, Piers. Jawohl, da steht er. Hi. Hi, Kollege. Da bin ich. Piers. Ganz schön sauer, die Eier. Ah, du bist Eier. Erschreckt mich nicht. Warum bist du nicht im Hotel? Sorry. Ich habe mir Sorgen gebracht. Spiel nicht den Helden. Noch dazu unbewaffnet. Willst du mir etwa Vorschriften machen? Du spielst doch immer die Heldin. Frag mal Hel. Okay. Ah, ja. Aber... Woher wusstest du, wo ich bin? Ah, eine gute Frage. Hier, schau. Ja, was denn? Woher weißt er das also? Oh. Das ist doch... Druck einer der Tasten rechts zum Umschalten. Wir können hier die Türen aufmachen, Leute. Genau, das ist ja diese Tür, die verschlossene, aus dem Parkhaus. Was wir da gesehen haben. Und da würde ich sagen, machen wir die einfach mal auf. Untersuchen. Mal versuchen. Oh, Gott, Leute. Musst du mich mal ganz kurz strecken. Das sind Sensoren-Tasten. Ich könnte sie bedienen. Ja, dann mach. Drück mal drauf. Offen, Leute. Die Tür ist auf. Wie geil. Sehr cool. Gucken wir uns beim nächsten Mal ins Underground Parking. Cool. Dann schauen wir mal, was hier ist. Ah, dieser Raum. Von hier hast du vorhin angerufen. Die nächste Taste. Genau, Lights on. Das passt soweit. Gut. Ja, da hat er uns also gesehen. Hm, okay. Der hat es also mitgekriegt. Wo? Ah, Lift off. Die nächste. Nein, nein, nein. Den mache ich erstmal an. Mach den an. Fahrstuhl in Betrieb. Sehr gut. Oder was? Nee, Moment. Es gab da... Moment. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob das... Fahrstuhl in Betrieb. Ja, komm, lass es einfach. Ob da was mit dem guten Ende war. Gut. Drücken. Moment mal. Grün? Ein Wald? Was ist das? Doch nicht im Bunker? Das ist innerhalb des Komplexes. Eine Forschungsanlage genannt Neo-Arc. Die Leute hier nennen sie einfach Arc. Arc. Die Arche? Ja. Das Schiff, das die Artenworte der Sintflut rettete. Doch nicht die Arche nur. So ein Schwachsinn. Sag das nicht mir. Okay. Was ist diese Neo-Arc? Ein unterirdisches Treibhaus. Mit einer künstlichen Sonne. Wusher soll das gut sein? Krass. Keine Ahnung. Interessant. Ein Kraftwerk produziert Unmengen von Strom. Und bildet ein Magnetfeld rund um die Neo-Arc. Aha. Ein Magnetfeld? Wofür? Hast du es nicht gesehen? Diese komische Larve draußen. Ah ja, das Ding. Auch diese NMC lebt durch die Energie, die den Neo-Arc liefert. Jetzt verstehe ich. Kyle meinte, dass irgendjemand oder etwas die Mitochondrien produziert. Wer ist Kyle? Na egal. Du siehst, diese Larve ist ziemlich gefährlich. Oh ja, Leute. Wenn wir das Kraftwerk zerstören, könnte man die Larve stoppen. Ja, ja, ja. Okay, ich versuch's. Aber wo ist es? Schau hier. Aha. Was sind das für Punkte? Die Position der NMC-Monster. Mhm. Da sind also Gegner drin. Okay, ich verstehe. Ach. Weißt du noch? Dieses Elektroteil aus dem Tower. Klar. Ja, jetzt kommt's, Leute. Jetzt kommt's. Hier. Mini-Sender. Mhm. Okay. Die NMC's hier tragen sie alle. Das ist das Elektroteil. Das bedeutet... Genau. Ein Ortungssystem, das die Position der NMC's anzeigt. Schau. Du wirst auch angezeigt. Ah, wir sind blau. Dieser blaue Punkt? Genau. Ich hab's ein bisschen modifiziert. Drück auf Next. Ja, geil, Leute. Jetzt wissen wir auch, was das Elektroteil damals für einen Sinn hatte. Das war ein Ortungssystem. Krass. Hier sind Gegner drin. Okay, alles andere haben wir ja gecleant. So gut. Next. Wow. Geiles System. Wirklich. Hier sind die Karten drin. Na ja. Na ja. Das ist der W3-Shelter. Okay. Ah. Was ist das? Die besagte Neo-Arc. Das Ortungssystem funktioniert hier nicht. Okay. Na gut. Ich gehe dorthin. Schön. Und du? Ich bleibe hier. Aber... Keine Sorge. Ich sehe es auf dem Monitor, wenn die Monster kommen. Außerdem muss ich noch was nachforschen. Hm. Was denn? Ist noch geheim. Jetzt gehe ich schon. Äh. Okay. Das ist mysteriös. Mach schnell. Dieses larvenähnliche Viech ändert langsam seine Farbe. Oh Mann, Leute. Wir wissen nicht, was uns in der Neo-Arc erwartet. Ich bin okay. Nett, dass du dich um mich sorgst. Wenn ich mehr weiß, werde ich es dir durchsagen. Ah ja. Okay, Leute. Also der Pierce, der hat da irgendwas am Laufen. So, hier sind nochmal die Dinger, ne? Ähm. Ich probiere mal eine Sache. So, steuern wir dann die Kameras. Den Lift, den lasse ich mal zu. Den mache ich mal aus, weil ich glaube, der Pierce muss den anmachen. So, ich bin mir nicht ganz sicher. So, Leute. Ähm. Haben wir hier einen Tipp. Neo-Arc, wie komme ich dort hin? Ach du Heilige, da sind wieder Gegner. Oh, ich muss wieder überall hin. Oh Mann. Gut, Leute. Das heißt, ich muss erst mal sauber machen. Oh, Heilige. Da auch schon wieder. Ja, gut. Okay, Leute. Allerdings, ja. Neo-Arc. Nein, 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 nein. Geht er raus. Gucken wir uns doch erst mal hier um. Der Monitor für die Larve. Ein Lebenserhaltungssystem. Diese Larve ist mir unheimlich. Lieber Finger weg von dieser Anlage. Ja, das ist schon heftig, was hier gerade abgeht. Also, schon krass. Ist das hier Telefon? Ob es hier extern verbunden ist? Baldwin. Dies ist in der Tat heikel. Ich spreche mit dem Direktor. Setzen Sie unsere Sohn. Setzen Sie Ihre Untersuchung fort. Mehr sagt er nicht. Okay. Dem ist das alles einfach anscheinend scheißegal. Okay. Eine Hölle wie Elefantenhaut. Eine Art Larve. Unzählige Fühler ragen aus dem... Ach, du Scheiße. Was ist das für ein Ding? Das frage ich mich auch. Der Kopf, die Zähne und ein Rückenmark sieht fast so aus wie ein Mensch. Nein. Das war mal ein Mensch. Eine AMC. Sie besitzt dieselben Mitochondrien wie ich. Wow. Okay. Die Hölle bewegt sich auf und ab. Sie atmet. Eine riesige Larve. Ach, du Heilige. Was das für ein Ding ist, ey. Wirklich. So heftig. Ja, auf jeden Fall. Der Pierce, der hat uns jetzt schon mal ein bisschen geholfen. Wir müssen an so diese Neo-Arc rein, Leute. Hm? In das ganz große neue Gebiet. Genau. Und deswegen haben wir jetzt hier die elf Minuten verbracht. Das war schon echt wieder ein geiler Story-Happen hier. Wow. Neue Gegner hier wieder. Warum sind die denn alle wieder da? Mensch, ihr habt doch gerade irgendwie sauber gemacht. Na gut, ein bisschen Gegner klatschen. Ist doch auch mal ganz geil. Dafür hatten wir in der letzten Folge so wenig, ne? Hey, was machst du denn? So, buff. Genau, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich... Rifle brauche ich eh nicht. Wir müssen jetzt eigentlich zu diesem Fahrstuhl da unten. Genau da. Aber ich muss halt erstmal nochmal die Gegner cleanen. Also sauber machen, ne? Oh, die Musik hat sich hier wieder geändert. So cool, Leute. Hier mal runter. So cool, die Musik. Wirklich. Hier sind jetzt nämlich überall wieder Gegner drin. Was? Ach du... Bitte was? Da ist ein Bowman-Vieh. Ähm. Stimmt, die gab's ja hier auch noch. Ah, ich erinnere mich. Diese Kopi... Diese Bowman-Copies hier. Ach du Heilige. So, mach den kaputt. Der braucht zum Glück nur zwei Granaten. Wow. Stimmt, die hab ich ganz vergessen hier. Moment, aber ich... Ich kann mich doch noch hier noch an irgendwas erinnern. Ähm. Was wollte ich denn gerade sagen, Leute? Ich kann mich an irgendwas hier erinnern. An irgendwas kann ich mich hier echt erinnern. Naja, Leute. Ähm. Hier sind die O's. Okay. Alles klar. Dann nehmen dafür einfach die Fireflies-Eier. So. Ist ja noch ein... Na, das ist nur einer. Okay, ja, dann geht das ja. Einfach zwei Schüsse und das war's. Gut, Leute. Ähm. Ich kann mich da an... wirklich an eine Sache erinnern. Ah, Moment mal. Ne, ne, mach mal erst mal den Breeding-Room hier sauber. Da geht die Musik immer aus, ne? Wow. Ist das... ein Kopf? Okay. Oh mein Gott. Ach, wieder die hier. Ja, lach mich ruhig aus. Da vergisst du das Sterben einfach. Da ist noch so einer. Ja, lach mich nur aus. Ist okay. Ich bin doch nur ein Witz für euch alle hier, ne? Was ist das denn? Ach, das ist so einer. Okay, dann gehen wir hin. Nochmal Plasma hier. Zack. Ja, man muss die Sachen nur richtig ausnutzen, die man gekriegt hat. So. Sehr gut, Leute. Ähm. Schnell hier raus wegen den scheiß Affen. Und... Ja. Würde ich sagen, machen wir mal wieder unsere Putztour hier. Ähm. Bei dem... Machen wir mal Dings. Äh, Combustion. Zack. So. Oh, das ist wieder so ein... so ein Fett-Dief. Drei Schuss und weg. Oh, noch mehr von denen. Okay, bei denen hilft einfach nur Combustion, Leute. So. Ganz einfach. So. Ich kann mich da wirklich... Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Ich wollte irgendwas sagen und dann hat mich aber irgendwas abgelegt hier. Aha. Was ist mit der Gegner? Ach, du Heilige. Du, ich bist ein Würmer hier. So. Schneller. Schieß doch drauf da. Los. Genau, Leute. Irgendwie zack. Zack. Ey, zack. Warum machen die so wenig Schaden? Hey. Was ist los, Aya? Ich hab doch hier... Ah, sehr gut. Der ist kaputt. 116. Geil. Allein durch diesen Brenneffekt. Richtig gut. So. Ist da noch ein Wurm hier irgendwo? Ja, da. Genau. Zack. 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 Sehr gut. Moment, ich muss mal ganz kurz... Ganz kurz gehustet. So, Leute. Wo muss ich denn jetzt noch hin? Genau, ich muss auf der anderen Seite noch mal ganz kurz raus. Und... Ähm... Ja, was wollte ich noch sagen? Ich erinnere mich gerade nicht dran. Ähm... So. Da sind wieder solche Dinger. Da mach ich mal ganz kurz hier Plasma. So. Schön viel Schaden machen. Ah, da ist so ein dicker. Oh. Genau. Ah, da auch wieder. Oh. Oh. Haha. Oh, Mann. Na gut, dann... Zack. So schnell geht das. Ach, genau. Ich wollte, glaube ich, hier den... Ah, Protein-Kapseln. Meine Güte. Ja, benutzt die Medizin 3. Ah. Verdammt. Ich hab so geile Items momentan. Ja, das ist das halt. Gut, dann nutzt halt ne MP-Wasser-Level. Nee, lass die Medizin liegen. So. Ist zwar schade drum, aber... Genau, ich wollte hier den Dings leveln. Ich wollte hier noch einen Skill leveln. Und zwar hier Combustion. Das wollte ich unbedingt auf Level 3 haben, ne? Ja, dann mach das mal. Dann braucht er nicht mehr so lange. Mensch. Gut, Leute. Es kann sein, dass wir nochmal nach Dryfield müssen. Und da nochmal sauber machen. Bis wir dann wirklich da nach Neo-Arc reingehen. Genau, hier ist nichts mehr. Dann fahren wir da runter. Ah, ja, bitte. Mal gucken, was da ist. Genau, jetzt sind wir nämlich erstmal hier. Wow. Ah, Schleimdinger. Okay. Gut. Ähm, bei denen... Ah. Spuck nicht hier rum. Hey, was soll das denn? Das macht man aber nicht. Gut. Leute. Wir haben 64 MP im Übrigen. Richtig gut. Was ist das hier? Ein Schleimdinger. Okay. Einfach die Gegner wegrotzen. Die bringen schon ganz schön viel, ja. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, wir sind hier mal wieder im Keller. Äh, jo. Ich würde sagen, machen wir nochmal die Gegner... Äh, was ist das denn da? Fisch. Ah, da ist noch ein Fischmonster. Was schneller. Ach, verdammt. Da ist noch ein Krüppelgegner. Und Fischgegner. Hä. Scheiße. Da hat er nochmal geschossen hier mit dem Kack. Hey. Hey, der lebt noch. Warum lebt denn der noch? Na ja gut, dann mach hier mal Plasma. Zack. Das war's schon. Geil, ey. Diese Gegner hier, wirklich. Ja gut, Leute. Wie gesagt, also mit dem... Mit dem Peace, mit der Story, das ist schon ganz schön interessant. Ganz schön interessant. So, Leute. Ja, wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ähm... Oh, da ist ein... Da ist ein rotes Ding. Da ist ein rotes Ding. Okay, da macht mal Dings ne großes drauf. So. Sehr schön. Da ist noch so einer hier. Geil. Ich wusste gar nicht, dass man die auch im Wasser anschließen kann. Richtig gut. So, Leute. Boah, ho, 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 ho. 66 HP und MP. Oh, jede Toilette. Nee. Brauche ich nicht. Gut, Leute. Dann sind wir wieder voll. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz zurück. Ähm... Richtung Dryfield. Nochmal kurz gucken, ob da neue Gegner sind. Und, äh... Ja. Wie gesagt, also, ich nehme das hier noch an diesem Freitagabend auf. Es ist mittlerweile... Äh... 12.40 Uhr. In der Nacht. Also, schon richtig spät. Bin auch schon ein bisschen müde. Aber das Spiel, das hat mich so gepackt. Ähm... Ja. Ich will einfach gucken, was hier Sache ist. So. Haben wir hier irgendwas in Dryfield? Haben wir sagen, Gegner? Nee, wir haben noch nicht mal einen Gegner. Ja, ja, okay. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Dann ist Dryfield komplett sauber. Das ist doch schon mal was, Leute. Das ist doch schon mal was. Ja, wie gesagt, also, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Bei Parasite Leaf 2. Und, ja, ich kann euch was erzählen. Und zwar, wir waren gestern beim Kollegen von mir. Und, ähm... Ja, der hat tatsächlich, äh... In diesen Corona-Zeiten hat er tatsächlich Klopapier gekriegt. Ja, es geschehen noch Zeiten und Wunder, Leute. Wirklich. Und, ja, der hat uns netterweise eine Packung gekauft. Sodass ich jetzt auch bestens versorgt bin hier. Wobei, einkaufen müssen wir schon bald nochmal. Aber halt, ab Montag mit Maske auf, ne? Das ist ja auch noch so eine Geschichte hier. Erinnert mich auch ein bisschen hier gerade an. Diesen einen Raum hier. Von wegen, äh... Schutzausrüstung für Bio-Kleidung und so. Ja. Corona ist nicht ohne, wirklich. Wobei es immer noch Leute gibt, die es verleugnen. Ne? Aber, ja, davon wollen wir jetzt nicht weiterreden. Wir wollen weiter Gegner platt machen. B1. Alles voll. Ach, du... Was habe ich da schon wieder für einen Schlappen gehört? Genau, Leute. Das ist wieder so ein... So ein Bowman-Freak. Genau. Die können richtig gefährlich werden, wenn wir keine Granaten haben. So. Merk drauf da. Einfach zwei Granaten. Oh, das sind zwei! Was? Das sind zwei! Oh Gott, Eier. Mach schneller. Mach schneller, bevor der sein... Das macht einen nämlich blind, das Zeug. Deshalb... Oh Gott. Das sind zwei Bowman-Typen, ey. Du Meilwüte. Da habt ihr es mal gesehen, diese blauen Punkte. Der wollte sich gerade heilen. Aber das haben wir nicht zugelassen, so cool wie wir sind hier. So, wie viel XP haben wir denn schon wieder? Schon wieder 2500 XP. Das ist so heftig. Also, wir werden ganz offensichtlich hier auf irgendwas vorbereitet. Ich bin falsch gelaufen. Ich wollte erstmal nochmal kurz hier oben hin. Hier müssen wir nochmal kurz zurück. Weil da oben da war auch noch irgendwas. Och, warum laufen denn jetzt hier überall diese Bowman-Typen rum? Das ist ja wohl auch wieder zwei Stück, ne? Das ist so heftig. Wirklich. Zum Glück haben wir den Granatenwerfer. Ohne Granatenwerfer ist das richtig nervig. Ja, guck mal, der heilt sich. Verdammt. Da habt ihr es mal gesehen, wie der sich heilt hier. So. Aber der eine ist schon mal weg. Zum Glück haben wir diesen Granatenwerfer wirklich. Ohne den, ey. Keine Chance. Mach den kaputt. Ja, jetzt laufen hier echt überall diese Bowman-Typen rum. Das ist so heftig. Die Gegner ziehen an. Wirklich. Die Gegner ziehen an, Leute. Aber wir haben ja starke Waffen dagegen, ne? Gut. Hier ist nichts mehr. Nur noch die B1-Zipfel. Das kriegen wir vielleicht sogar noch hin. Und dann kann ich dann beim nächsten Story-Abschnitt die neue Folge anfangen. Das wird cool, Leute, mit dem Neo-Arc-Ding. Das sag ich euch. Das wird verdammt cool da unten. Das wird ein richtig geiles Gebiet, kann ich euch schon sagen. Alles klar. Cool, Leute. Dann gehen wir mal hier rein. Hier waren auch diese Bowman-Typen drin. Ja. Klar, ich höre euch doch schon diese blöd Schlappen. Ah, der schießt irgendwas. Okay, fahre ich aus. Ach, verdammt. Bin ich blind geworden. Ah, super. Ja gut, dann, äh... Ah, ja. Mach das mal schnell weg. Und lauf. Uah. Penner, wirklich. Das halte ich. Hör auf damit. Das ist doch kindisch. So. Weg damit. Direkt weg damit. Kurz Prozess. Auch wenn ich jetzt meine Granaten dafür verschleudere, aber das ist ja der Sinn der Sache. Na. So. Jetzt noch kurz da in den Schlaf räumen und nochmal diese kurze Runde da drehen. Gut. Also hier sind wir ja reingekommen. Bei den Schlafquartieren. Jo. Machen wir nochmal kurz die Geek... Oh, das sind aber andere. Ja, wobei. Äh. Eine Granate. Weg damit. Oh Mann, ey. So. Gut. Aber ich werde die Waffe trotzdem wechseln, Leute. Ich brauch die Granaten. Oh, hier mach ich, äh, Dings. Direkt mal Plasma. Hör auf mich zu beißen. Gut. Gut. So. Gut, Leute. Dann haben wir auch in drei Minuten diese Folge schon wieder rum. Meine Fresse. Dann ist schon wieder eine Woche Parasite Eve gespielt. Ach, nö, ey. Ja, wobei, die sind eigentlich nicht schlimm, ne? Die sind nicht schlimm, weil wir die Granatenpistole haben. Genau, Leute. Wenn wir den Granatenwäfer nicht hätten... Ah, lauf! Oh mein Gott, das will... Oh, ho, ho, ho. Das war knapp, Leute. Äh. So. Little Bowman hier. Boah, die Musik ist auch gruselig, ne? Wenn diese Boah-Männer kommen. Die Musik ist richtig gruselig. 3000. Wir können was leveln. Das ist so krass, Leute. Wir können was leveln. Aber mach ich beim nächsten Mal. Ich möchte wirklich jetzt erstmal hier die Gegner schaffen. Oh. Ah, Schleimdinger. Ja gut, bei denen machen wir Necrosis. Oh. Was war da noch? Da sind noch Würmer. Okay. Okay. Die sind noch Würmer hier. Die sind vergiftet. Die sind vergiftet und springen mich trotzdem an. Ach, du Heilige. Was ist denn hier alles los? Pff. Okay. Bam. Äh. Mach den kaputt. Was war denn hier alles drin, ey? Das gibt ordentlich EXP, denke ich mal. 112. Na gut. Egal. Wir sind auf jeden Fall wieder voll. Alles klar. Cool, Leute. Ja. Dann sind wir schon jetzt in der Fahrstuhlhalle. Wir haben alles sauber gemacht. Um jetzt wirklich da hinzugehen. Gut. Dann machen wir das mal, Leute. Dann bin ich mal gespannt jetzt. Da bin ich mal gespannt jetzt. So. Latschen wir mal da hin. Und dann sind wir auch schon ziemlich lange hier in dem Bunker, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der Bunker, der ist echt. Der Bunker ist ein super Gebiet. Gefällt mir. Gefällt mir richtig. Leute. So. Dann würde ich sagen, probieren wir das mal hier. Ah. Genau. Seht ihr? Genau. Hörst du mich? Ah, ja. Ich wollte dir nur sagen, dass der Lift jetzt geht. Verstanden. Ah, seht ihr? Pierce hat den nämlich angemacht. Ich musste den da nicht anmachen. Pierce hat den angemacht. Genau, Leute. Gut. Ähm. Ja. Beim nächsten Mal. Gehen wir hier diesen netten, netten Lift runter, wo Ark dran steht. Das wird sau interessant, Leute. Das wird sau interessant. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat hier, äh, lasst doch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und, jo. Dann klingt meine Uhr jetzt. Und, jo. Dann würde ich mal sagen, Leute. Ja. Ja. Wünsche ich euch eigentlich noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Danke fürs Zusehen, ne? Tschü, tschü. Tschü, tschü. Tschü.